Willkommen zum Online-Kinderschutzkurs. Willkommen zum Online-Kinderschutzkurs. Thank you for joining us. In this course, you are going to learn about protecting children at your school, otherwise known as child protection. It is an important subject and you are an important member of your school community. Wie dieser Kurs funktioniert. Der Kurs besteht aus fünf Teilen. In Teil 1 lernen Sie, was Kinderschutz ist und warum dieser wichtig ist. In Teil 2 lernen Sie die Arten von Gefahren und Möglichkeiten kennen, wie Kinder verletzt werden können. In Teil 3 lernen Sie, worauf sie achten müssen und wie man erkennt, wann Kinderschutz benötigen. In Teil 4 lernen Sie, wie sich Erwachsene an ihrer Schule gegenüber Kindern zu verhalten haben. In Teil 5 lernen Sie mehr über ihre Verantwortung, Kinder an ihrer Schule zu schützen. Die häufigsten Arten von Missbrauch. In diesem Teil lernen Sie die verschiedenen Arten von Missbrauch kennen, welche Kinder verletzen können. Die Arten von Missbrauch sind Seelischer Missbrauch, Körperlicher Missbrauch, Sexueller Missbrauch, Vernachlässigung und Mobbing. Concerns First, you will learn about concerns you can have when you think a child is in danger or at risk of being hurt. A concern is when you feel worried or nervous about something you have seen or heard about a child. You must report your concerns to protect the child no matter who is involved. If you see any adult or another child hurting a child or putting a child in danger, you must protect the child by reporting this to someone. If you have a concern that a child at your school is in danger or at risk of being hurt, you must report that concern. Sie sollten Ihren Bedenken-Sorgen melden an Ihren Vorgesetzten Jeden erwachsenen Mitarbeiter Ihrer Schule Oder befolgen Sie die Anweisung Ihrer Schule Question 2. Which of these answers is an example of sexual abuse? To answer A bus driver shows magazines containing sexual images with a child. Click or tap the red square. Um zu antworten Ein Kind in den Arm beißen, klicken Sie den blauen Kreis. Um zu antworten Einem Kind weder zu essen noch zu trinken geben, klicken Sie das gelbe Dreieck. Zur Erinnerung Die Frage lautet Welche dieser Antworten ist ein Beispiel für sexuellen Missbrauch? Mit Ihrer Unterstützung werden Kinder gesund und sicher aufwachsen können. Mit Ihrer Unterstützung werden Kinder gesund und sicher aufwachsen können. Mit Ihrer Unterstützung Mit Ihrer Unterstützung Mit Ihrer Unterstützung Mit Ihrer Unterstützung Into eder und dann Mit Ihrer Unterstützung Mit Ihrer Unterstützung Mit viaств influence